Ist sie jetzt auch Teil der Gruppe? Okay, dann blaue ich jetzt einfach mal den Mind von allen, denn in Final Fantasy 1, wenn du in Lutharia rumläufst, kannst du mit einem Dude reden und der sagt dir, vor langer, langer Zeit haben wir 5 Helden losgeschickt, um Chaos zu besiegen und nicht nur 4. Und, hm, 1, 2, 3, 4, hm, 5, hm, nee, doch, boah, the lore thickens, it was the Lutharians all along. Kann ich da hinten nochmal hin? Ich will mir den Kristall mal angucken. Ja, wirklich, ich verscheiß euch nicht. Das weiß ich, weil ich das in Final Fantasy 1 gelesen habe und dachte mir so, hä, 5? Aber wieso nur noch zu viert? Und, ähm, jetzt sind wir zu fünft. Es ist also doch ein Vorgänger zu Final Fantasy 1, oder nicht? Hm, es ist sehr mysteriös, aber ich bin sehr angetan, dass sie tatsächlich Plot Points vom Most Basic JRPG genommen haben und einfach so ein Ding daraus gemacht haben. Junge! Ey, ich bin so froh, dass wir zuerst Final Fantasy 1 gespielt haben. Es gibt mir so viel einfach aus diesem Spiel. Ja, ich bin so froh, dass ich das noch nicht verwendet habe. Ich habe eine gute Erinnerung, die du verstehst. Ich habe eine gute Erinnerung, die du verstehen. Ich habe eine gute Erinnerung, die du verstehst. Und ich bin sicher, dass ich hier schon wieder bin. Many times. Und viele times. Das hat mich in meiner Schraube. Ich will nichts mehr als zu verletzen Chaos. Until I do, there is a yearning inside me that cannot be sated. In other words, may I accompany you? I see no reason to refuse. Don't die on me. I'll forget without you. That goes for you, too. Oh, I almost forgot. Da haben wir ein Piratenschiff. Okay, dort aufleuchten tun jetzt anscheinend der Windkristall. Ne, da sind wir, oder? Da ist die, da ist die, ne. Ich bin so verwirrt. Das ist halt nur die untere Hälfte der World Map. Da ist noch eine obere Hälfte. Da ist auch wieder Feuerkristall und ich glaube eigentlich Erdkristall. Warum, dass wir jetzt beim Windkristall sind, ist halt, das ist alles so sassy hier gerade. Oh, damit können wir Sachen auswählen. Ach stimmt, sie haben ja gesagt, das ist so ein Teleportationsding, ne? Es scheint, wir können das Feuerkristall oder das Erdkristall. Äh, innen, innen, muh und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Was sollt, finde ich mit Erdkristall. Oder das Erdkristall. Ich drücke mal auf alle Knöpfe, nur um zu merken, dass ich auf X drücken muss. Hauptmission, Nebenmission. Das letzte Gruppenmitglied hat sich dir angeschlossen. Okay, ich glaube, ich möchte Sophia in der Gruppe haben. Ich will einfach eine All-Girls-Group haben, glaube ich. Da hätte ich Lust drauf. Oh, jetzt haben wir hier Sidequests, ne? Ne, das hatten wir schon. Hier ist das, das ist neu. Das wird bestimmt richtig Spaß machen. Ach, das sind sogar verschiedene Dinge, die da gezeigt werden. Aber lohnt sich das? Ich meine, Sternroute 47 ist schon, ist schon cute so. Hm, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das tue ich. Ein bisschen Grindy Grind geht ja immer. Ich glaube, wir müssen einfach dieses Spiel in eins durchspielen. Ich will nicht aufhören. Ich finde das voll spannend gerade. So, Gruppe ändern. Ash, du bist raus. Sophia, du bist drin. Oh, jetzt habe ich meine geile Ausrüstung nicht mehr. I'm the saddest I've ever been. Ach, sie sieht einfach aus wie... Sie hat auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall ein Look, was sie hier gerade hat. Ich gebe dir mal einen Dragoon, weil ich glaube, das ist cool. Ich kann dir diesen Hut nicht geben, Alter. Das ist halt... Der ist eh besser. Der heilt... Wie gut das direkt aussieht. Insane, sage ich dir. Gute Nacht, Rosarium. Was ist denn ein Kombiset? Ach, da kann ich so Kampf-Sets zusammenstellen. Okay, die sind eh... Also das ist, glaube ich, noch recht irrelevant. Kann ich denn bereits bei Viser ein bisschen was reißen? Nein. Okay, schade. Aber habe ich vielleicht ein paar Anima, die ich benutzen könnte? Nice. So, das war's. Ich will doch nur Ultima zaubern. Und danach ist alles cool. Danach rocke ich dieses Spiel. Alleine, ohne Hilfe. Ich verspreche es euch. Aber zuerst muss ich Gladiator wieder wegpacken. Und Ritter wieder rausholen, damit wir das kurz mal aufleveln. Ich habe übrigens schon wieder nicht gelesen, was wir eigentlich machen müssen. Warte mal. Besiege die Chimera. Okay, das kriege ich hin. Hoffe ich. Ich kann nichts versprechen, aber... Ich lebe in der größten Hoffnung, dass ich das hinkriege. Okay, nice. Okay, reiß was raus, Junge. Let's go, Weekend. Das Ding ist, ich muss um zwei schlafen, weil ich halt morgen um zehn wieder aufstehen muss. Und dann spielen wir irgendwas anderes. Ich weiß gerade nicht was, aber... Morgen spielen wir das hier für jeden Fall auch nochmal. Das Ding ist, ich muss um zwei schlafen, um zwei schlafen, um zwei schlafen, um zwei schlafen, um zwei schlafen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Sehr schön. Oh, ich hab schon wieder keinen Platz mehr in meinem Inventar. Junge, das... Ach, warte mal. Okay, was muss ich hier haben, dass ich sage, das kann man wegwerfen? Warte mal. Auf jeden Fall irgendwie 40 oder niedriger. Job-Affinität, was soll's. Kriterium, drei oder niedriger. Ja, aber dann kann ich schon mal DLC 1 und 2 spielen und dann kann ich mich direkt an 3 wagen. Sagen wir zwei oder weniger. Okay, 45 ist auch schon weiter drunten. Drunten. Okay. Okay. Wirf mal so frei. Ich werf das nochmal weg. Menü, wegwerfen. Ja. So. Verdammt. Da hab ich mich vor Schreck einfach direkt mal runtergestürzt. Warte. Ich kann mich ja heilen. Ne, kann ich nicht. Verdammt. Ja, net so. Hey, Ali. Hä? Ach da. Okay, sehr gut. Das war cool. Da war nicht noch eine Schatztruhe? Nein, da war nichts mehr. Okay, sehr schön. Dann können wir jetzt uns darauf konzentrieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Angst davor haben sollte. Ich glaub, die Möglichkeit besteht, ne? Okay, okay, okay. Flare ist, äh... Ich bin mir nicht mehr so cool. Okay. Wir müssen fern. Ich bin fast mit den Schrauben. Drunten. Die Schrauben. Die Schrauben. Ich bin fast mit den Schrauben. Zick, zick, zick. Und ich kann sogar Leute heilen. Sehr schön. Ich schätze irgendwie nicht, dass ich hier fett viele Dings bekommen habe, ne? Okay, okay. Zwei Punkte noch. Habe ich vielleicht? Habe ich vielleicht? Warte mal. Vielleicht habe ich. Die Möglichkeit besteht. Oh, aber ich bekomme keinen Jobpunkt. Okay, schade. Ist ich jetzt hier hin? Nein. Du, 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 du. Damned. More traps to dispose of. More traps to Geil. Oh, schade. Nein! Nein. Nein. Oh, hier geht einfach zu viel ab. Ich spüre immer noch auf Hard. Oh mein Gott. Oh, sie heilt uns doch. Sie ist doch in der Lage dazu. Kann ich einfach runterlaufen? Nee, ne? Oh, so kann man es natürlich auch machen. Nice. Nice. Das war's. Ich nehme das. Hey, wir waren voll gut. Was ist dein Deal? Ich finde Jacks Outfit einfach übelst basic. Ich wünsche, ich hätte halt so eine richtig geile Schwarzmagier-Kluft und so einen richtig geilen halt okay, damit kann ich zum Beispiel als Schwarzmagier leben, wenn ich jetzt noch so einen richtig nicen Hut irgendwie hätte. Halt nicht so eine Fedora-Scheiße, sondern einfach so einen richtig süßen Hexenhut einfach. Der einfach anscheinend nicht existiert, was ich sehr schade finde. Als Ritter dann einfach so eine richtig schöne Ritter-Geschichte, nicht so ein Ding halt, you know? Ahnung, sowas. Sieht ja direkt cooler aus. Vielleicht nicht mit der Hose, aber... Halt sowas. Nur halt drittermäßiger. Also ich finde, das hier ist gerade... Das hier ist gerade ziemlich bunt. Bin ich irgendwie nicht richtig? Ich muss noch nach da unten. Oder so. Oder? Warte mal. Ich bin sehr verwirrt gerade. Hier runter. Dann hier... Ne, hier kann ich aber nicht runter. Hier ist einfach so ein Ding im Weg. Waaat? Hä, wo soll ich denn da lang? Die Ecken haben kein Geländer. Waaas? Gute Nacht, Cookie. Schlaf gut. Boah, wie... Hakelig das Spiel in dieser Area läuft, man. Wahnsinn, so. So. Look at this. Cute boy. So. Schön, dass wir das gemacht haben. Es ist halt der falsche Job aufgestiegen. Nein, ist er doch nicht. Alles ist gut. Gut. Vielleicht muss ich das drehen. Nein, das muss ich nicht drehen. Hm. Oh, warte. Ah, oh, ah, ah, oder? Ne. Hä, ich weiß nicht, wo ich lang soll. Hilf mir mal. Sag mir mal, wo ich hin muss. Hier ist irgendwo so eine unsichtbare Scheißbrücke, oder? Und ich sehe die einfach nicht. Ich kann da nicht runterfallen, oder? Ich habe ein Fall Damage, wenn ich das mache. Ah! Ich dachte, ihr wollt halt, dass ich da komplett nach unten springe. Aber okay, das macht das Spiel ein bisschen mehr Sinn. Das ist fies, Alter. Oh, ich habe keine Magie. Ich drehe durch. Das ist fies, Alter. Ich muss die Magie, oder? Jeder muss immer es tun. Ich mache das Ding. Ich Kattai. Das ist fies, Alter. Ich kann sie nicht. 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 Geil! Ich muss hier tatsächlich die ganze Zeit darauf achten, dass ich auch die richtig gute Ausrüstung mitnehme. Ich finde das immer wieder gut, wenn die Dudes hier einfach nur runterfallen. Das sieht mysteriös aus. Wahrscheinlich hätte ich von da oben da runter gefallen müssen. Jetzt bin ich voll drauf. Am achten. Hier ist eine Dings. Okay. Oh, Junge. Also gefühlt ist der Tales of Symphonia Remaster jetzt auch nicht viel anders als der von der PS3. Nur, dass der von der PS3 tatsächlich auch noch das Sequel von Tales of Symphonia mit da drin hatte. Das heißt, damals haben wir irgendwie schon einen besseren Deal bekommen als jetzt, habe ich so das Gefühl. Nee, ich werde Persona 4 nicht zeigen. Also da habe ich gar keine Zeit für. Ich werde Persona 4 nicht zeigen. Uff, endlich. Also das Tales of Symphonia Ding hat kein, ähm, Tales of Symphonia New Dawn oder wie das heißt, hat das Sequel, der Nachfolger, der auf der Wii irgendwie erschien. Hä? Wie kann ich Ultima casten? Warte. Verbrauchbar Aktivierung, drei Weiße und zwei Warze, schweig schwarze, was? Kapiere ich nicht. Muss ich erst zwei weiße Zauber machen und dann einen schwarzen? Uff. Here. Whoa, whoa, whoa! Come on. So, hä? Okay, also ich muss da einzaubern, da einzaubern, da einzaubern. Dann rüber gehen. Dann da einzaubern, da einzaubern und da einzaubern. Und jetzt könnte ich Ultima casten, wenn ich genug Dings hätte. Okay, dann schauen wir uns das mal an, was passiert. Come on! Come on! Raging weapons! Ah, scheiße. Oh, Gott. Verdammt. Okay. Bin ich überhaupt richtig? Gefühlt bin ich jetzt wieder nach oben gefahren. Ah ja, hier habe ich noch eine Truhe nicht aufgemacht. Witzig. Hey, hier war ich doch schon, oder? Ich bin so verwirrt von dieser Mission. Hier war ich echt schon. Was ist denn das? Ich muss hier einfach hier lang laufen. Das ist derjenige. Hm. Ach, ich muss das kaputt machen, nicht? Okay, warte. Ne, muss ich nicht. Das ist alles so verwirrt. Ey, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Was ist das? Warum ist das so verwirrend? Junge, habe ich hier... War das hier der Anfang? Bin ich gerade komplett zum Anfang zurückgelaufen? Ich bin ja. Da bin ich, da bin ich hier... Hat dengan ihr... Ich habe das hier, mit denen ich... einen Geisel zu tun. Ansonsten war ich ein bisschen coffee. Und bin ich vieler gefühlt. Was bin ich? Ich bin eigentlich sehr gut. Es war ein... Let's go. More trash to dispose of. Turm der Verbindung. Jetzt fahre ich doch wieder nach oben, oder? Weißt du, die ganze Zeit hast du so ein scheiß Icon, das dir anzeigt, wo du hin musst. Und jetzt, wo du es gebrauchen kannst, ist es einfach weg, so. Ey, ich kapier's nicht. Ich check halt absolut nicht, wo ich hin muss. Wie geht die Chimera? Das ist halt nicht hilfreich, einfach. Ich würde sagen, irgendwas hier so irgendwie... Oh, ich hasse mein Leben. Oder auch nicht. Oh, ich kann... Why, dude? Just why, so. Jetzt bin ich extra runtergefallen. Hab meinen Shit einfach verloren. Alles ist terrible, so. So. Muss ich erstmal mein Dings wieder aufbauen. Tschüss. Perf. Kann. Was geht ab? Danke für den Raid. ich jogge gerade ein bisschen durch Stranger of Paradise und versuche so ein bisschen Liebe für das Spiel zu finden. Und ich bin begeistert. Ey, das Ding hat ja irgendwie voll viel mit Final Fantasy 1 zu tun. Ich hab halt Final Fantasy 1 vor zwei Tagen durchgespielt und ich bin die ganze Zeit so, boah, das ist wie in Final Fantasy 1, aber das ist viel geiler als in Final Fantasy 1. Weil die haben diesen einen Plotpunkt da mit reingepackt und wow! Ich bin einfach voll Hype die ganze Zeit. Was geht bei euch? Was habt ihr gespielt? Hello Neighbor! Das wollte ich mir auch immer mal angucken. Aber ich kam es ja noch nicht dazu. Wundercate! Das war's für heute. Oh, wir haben schon gewonnen. Okay. Ich würde schon sagen, das war aber noch nicht die Chimera. Oh, verdammt. Oh, Gott. Nehmt Heilung, Junge, bitte. Verdammt. Oh, nein. Ich kann das D-Ho nicht Ulti machen, weil ich nicht genug Zauberstreifen habe. Keine Ahnung. Oh, das war's für heute. Okay. Das ist nicht gut. Wir haben das. Hier geht's. Hier geht's. Oh, Junge, komm, das kriegen wir jetzt hin. Hm. Hier geht's. 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 Oh shit, wir haben's. Oh mein Gott, endlich. Holy shit, einfach. Junge. Junge. Das hat jetzt einfach länger gedauert als das eigentliche Level. Ah, wir haben's geschafft. Hard-Mode-Ding-Gekill-Dings. Yes. Voll gut. Puh. Ey, das hat echt unnormal lange gedauert. Es hat eineinhalb Stunden gedauert einfach. Oh mein Gott, ey. Weißt du, ich möchte die schon alle haben. Äh. So. Jetzt hab ich sie ja glaube ich alle nicht bekommen, weil ich keinen Platz im Inventar hatte. Cool. Macht mich richtig happy. Ähm. Okay. Ich glaube das ist jetzt das nächste was drankommen würde. Aber es ist halt voll spät und ich muss eigentlich bald ins Bett. Aber zuerst muss ich ja noch meine sexy Story des Tages vorlesen. Weil wir ja tatsächlich noch mal die Subs voll bekommen haben. Womit ich nicht gerechnet habe. Aber, äh, ja. Ich würd sagen dem gehen wir einfach mal nach. Haha.